Das Highland Cattle Das Highland Cattle, auch schottisches Hochlandrind genannt, gilt als eine der ältesten und schönsten Rinderrassen der Erde. Es wurde 1975 in Deutschland zur Zucht eingeführt. Um das Highland Cattle im Urtyp zu bewahren, ist der VDHC, der Verband Deutscher Highland Cattle-Züchter und Halter, seit mehr als 25 Jahren engagiert. Was macht diese traditionelle Rasse für Zucht und Haltung so interessant? Welche Zukunft hat das Highland Cattle? Die Hochlandrinder sind sehr genügsam und auch winterhart. Sie benötigen aber trotzdem ausreichende Weidefläche. Diese braucht qualitativ nicht so besonders gut sein. Aber es muss Fläche da sein mit ausreichendem Bewuchs. Sie werden oft gehalten auf extensiv genutzten Flächen und auch auf Naturschutzflächen. Das Highland Cattle gibt es in mehreren Farbvariationen. Typisch sind einfarbig rote, gelbe, schwarze und weiße Tiere. Der wunderschöne Kopf ist eine Ikone der Rinderzucht. Trotz ihrer imposanten Hörner sind die Tiere besonders friedfertig. Das lange Deckhaar und der zottlige Haarschopf schützen vor Wind und Wetter, aber auch vor lästigen Insekten. Highland Cattle werden bis zu 20 Jahre alt. Sie kalben leicht, bis ins hohe Alter. Dabei benötigen sie keine menschliche Hilfe und ziehen ihre Kälbchen am Euter alleine groß. Die robusten Rinder brauchen lediglich Gras und Heu und sind vor allem für die Haltung in Mutterkuhherden bestens geeignet. Dies macht Hochlandrinder für Halter besonders wirtschaftlich. Im Vergleich zu anderen Rinderrassen sind sie eine kleinrahmige Rasse. Die Bullen sind sehr umgänglich, gutmütig und nahezu handzahm. Für ihre Halter sind sie daher eine besonders große Freude. Manche lassen sich gerne mit Streichel-Einheiten verwöhnen. Jungbullen sollten von der Mutterkuhherde auf einer eigenen Weide getrennt gehalten werden und sind nach etwa zweieinhalb Jahren schlachtreif. Seit 200 Jahren hat sich die traditionelle Rheinzucht dieser Fleischrinderrasse bewährt. Sie haben ihr uriges Aussehen, einem ausgestorbenen keltischen Auerochsen ähnlich, bis heute erhalten. Die genügsamen und robusten Rinder vereinen Natürlichkeit und Ästhetik. Um Charakter, Aussehen und die Urtümlichkeit zu bewahren, sollten zur Zucht nur im Herdbuch geführte Tiere verwendet werden. Der Verband hat als Zielsetzung, dass wir die reinrassige Heinland-Kettelzucht fortsetzen und erweitern und sicherstellen. Er informiert und berät unsere Mitglieder. Er vertritt uns im In- und Ausland. Er organisiert Schauen auf Landes- und auf Bundesebene. Zum Jubiläum wurde die 25. Bundesrasseschau 2011 in der Münsterlandhalle in Kloppenburg ausgetragen. Jedes Jahr stellt sich die entscheidende Frage, wer hat das schönste Heinland-Kettel im ganzen Land und darf sich am Ende Bundessieger nennen. Es wird geföhnt und gestriegelt. Auch die jungen Züchter helfen fleißig mit. Schicke Hörner und Klauen sind ein Muss. Aber auch der Halfter und die Frisur sollten vor dem Schaulauf ordentlich sitzen. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Das sind sehr schöne Tiere hier. Die Konkurrenz ist sehr groß. Natürlich ist man aufgeregt. Das ist ja ein Wettbewerb. Wer ist die schönste Kuh? Wer hat die schönste Kuh? Das ist, wie wenn man die Miss World irgendwie aussucht. Man findet seine ja immer am schönsten. Das ist das Problem. Es ist dieser enorme Typ, den diese Rasse ausstrahlt mit ihrem Gehirn, mit ihren langen Haaren. Für mich das Rind mit der größten Ausstrahlung aller Fleischrinderrassen. Und dann geht es los. Die Kühe machen den Anfang. Kuh und Vorführer müssen nun beide einen guten Schaulauf hinlegen und sich vor der Jury in bester Form präsentieren. Mit großem Interesse verfolgen die Zuschauer die herausgeputzten Tiere und schauen wie der Richter ein echter Schotte ganz genau hin. Eine sehr gute Schau hier. Sehr unterhaltsam und sehr starke Klassen. Es gibt drei Kriterien. Einmal der Typ, das Aussehen wie bei Germany's Next Topmodel, also musst du gut aussehen. Dann das Skelett, dass die Winkelung stimmen, dass die Beine da stehen, wo sie hingehören und die Bemuskelung eben. Auch in Deutschland gibt es klasse Tiere. Der schottische Richter hat damit die Qual der Wahl, Deutschlands Topmodel herauszufinden. Ein guter Gang ist nicht nur in den Highlands wichtig. In den Kategorien Kälber und Fersen, Kühe und Bullen wird die Schau über den ganzen Tag durchgeführt. Die Bemuskelung und Kondition wird überprüft. Dazu legt der schottische Richter gern Hand an. Es sind hier wie in Schottland Rinder, die dieselben Stärken und Schwächen haben. Wir legen großen Wert auf ihre Beine und ihren Gang. Die Rinder, die heute präsentiert werden, sind sehr gute Rinder. Viele begehrte Preise warten auf das Urteil der Schotten. Die Spannung steigt. Höhepunkt des Wettkampfes ist die Bullenschau. Die ruhigen Bullen lassen sich trotz gefüllter Halle kaum aus der Ruhe bringen. Wie bei einer Parade sind sie aufgereiht. Die Bullenschau geht jetzt ihrem Höhepunkt entgegen. In wenigen Sekunden wird der Richter sein Urteil verkünden. Traditionell wird dem Sieger die Hand auf das Hinterteil gelegt. Der Bundessieger bekommt seine Siegerschleife in Schwarz-Rot-Gold. Super. Also besser geht's nicht, ne? Na, Seamus. Das ist schon das erste Mal. Das ist natürlich ein großer Erfolg, ne? Also ich züchte seit 20 Jahren Highlands und es ist das erste Mal, dass ich so einen Erfolg habe. Und da muss ich jetzt erstmal eine Flasche Bier und später einen Whisky drauf trinken. Meine Frau habe ich schon angerufen. Das Richten des schottischen Richters war sehr interessant. Er hat seine Linie sehr, sehr gut durchgezogen. Man hat dort eine klare Linie erkannt. Er hat sehr viel Wert auf das Gangwerk gelegt und auf den Typ. Von daher kann ich nur sagen, es war eine gelungene Show. Nicht immer gewinnen die Favoriten. Auch Neueinsteiger haben gute Chancen, um auf dem heiß begehrten Foto der Bundessieger zu landen. Diese Schauen sind für die deutsche Highlands-Zucht ein Inbegriff von Zuchtfortschritt. Wir haben von Jahr zu Jahr wesentliche Steigerungen im Zuchtfortschritt erhalten. Das ist das große Ergebnis und das Verdienst der gesamten Züchterschaft, die vor allen Dingen mit ihren Tieren sich dann hier zur Ausstellung bemüht haben. Für Jung und Alt war die 25. Bundesrasseschau eine tolle Veranstaltung. 130 Tiere im Wettbewerb. Besucher von Litauern bis Frankreich beweisen das große Interesse am Hochlandrind. Im Winter zeigt sich die Robustheit der Tiere. Ihr schützendes Fell wehrt Wind, Kälte und Nässe ab. Ihre ruhige Fortbewegung spart Energie. Kälber können ganzjährig geboren werden. Für eine geordnete Zucht ist die Kalbung ins futterreiche Frühjahr vorzuziehen. Der Halter sollte die Versorgung der Tiere mit ausreichendem Futter und Wasser regelmäßig kontrollieren, denn dies ist für gesunde Tiere wichtig. Auch fördert der häufige Kontakt das Vertrauen und trägt zur Gelassenheit der Herde bei. Alle Tätigkeiten rund ums Rind werden erleichtert. Die zutraulichen und liebenswerten Highland Kettel finden sich auch im strengeren Klima Deutschlands sehr gut zurecht. Am besten ist es, das Heu in einer überdachten Raufe vor der Witterung zu schützen. Genügend Futter und eine ständige Wasserversorgung sind nötig. Besonders wichtig ist es, ihre Tränke im Winter eisfrei zu halten. Die artgerechte Weidehaltung des traditionellen Highland Kettel führt zu einem gesunden Rindfleisch vom Feinsten. Doch wie können diese urigen Rinder optimal vermarktet werden? Mit dieser hervorragenden Qualität können wir einen großen Abnehmerkreis gewinnen, können es hochpreisig verkaufen und können auch damit Geld verdienen. Das ist auch ganz wichtig. Und der Verbraucher hat die Möglichkeit, dieses hochwertige Fleisch zu kaufen und es zu genießen und seine Freude dran zu haben. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, diese Rinderrasse zu halten. Das Fleisch des Highland Kettel ist etwas ganz Besonderes. Durch seine feine Marmorierung und seine feine Fettabdeckung ist es qualitativ anderen Fleischsorten überlegen. Ob Roulade, Steak oder Gulasch, es entfaltet auf dem Gaumen eine ganz besondere Geschmacksfülle. Wurst und Fleisch direkt vom Hofladen oder mit Direktvermarktung in den Supermarkt. Auch Rinderwürste und Salami sind in Feinkostläden oder Biomärkten sehr beliebt und finden hier ihren Kundenkreis. Restaurants und Hotels lieben dieses edle Fleisch. Ich arbeite seit zweieinhalb Jahren mit dem Highland Rind bei mir in der Küche. Und ich liebe dieses Fleisch, weil ich einen persönlichen Bezug dazu aufgebaut habe. Ich kenne die Züchter, habe die Besuch, weiß, wo die Tiere stehen, weil sie den ganzen Tag Gras und Heu und frisches Futter bekommen, dass die viel Bewegung haben. Und das merkt man einfach auch am Geschmack des Fleisches. Wir haben hier ein sehr nussiges Fleisch. Wir haben den purem Rindfleischgenuss an sich. Man muss da nicht viel Salz drauf machen oder irgendwas. Man braucht es wirklich bloß zu braten. Man kann es auch fast roh genießen. Also ich nehme es auch gerne für Tartar her oder ähnliche Sachen. Der pure Genuss gesunden Fleisches von glücklichen Weidetieren macht Freude. Eine traditionelle, artgerechte Haltung, die Liebe der Halter zu ihren Tieren, macht gerade das Fleisch dieser Rinder zu einer besonders hochwertigen Produktionsform. Darin liegt das Geheimnis für eine wirtschaftliche und nachhaltige Zucht dieser wunderschönen Rinderrasse. Highland Kettle mit Tradition in die Zukunft. Highland Kettle mit Tradition in die Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020